Gut, Frau Döck-Aspür. Meier, mein Name. Grüezi Frau Meier. Schön, dass Sie für unsere Bank arbeiten können. Ja. Erste Frage vorab. Wie können Sie mit Druck und Stress umgehen? Sehr gut. Wunderbar. Dann würden wir das gerne anhand eines Szenarios kurz durchspielen. Stellen Sie sich vor, ein alter Herr kommt an Ihren Desk. Also wie alt? Das spielt keine Rolle. 80 Jahre. Und er kommt ganz alleine an die Bank an meinen Desk? Mhm. Der alte Mann kommt. Jetzt noch eine Frage. Wie war es im gesundheitlichen Zustand? Hat er vielleicht sogar einen Rollator? Oder bist du unterwegs? Auf das? Es kommt jetzt eigentlich nicht so drauf an, Frau Dekastrin. Stellen Sie sich vor, der Mann kommt. Für mich zum Beste zum Vorstellen. Wenn Sie sich das besser vorstellen können, dann kommt er mit dem Rollator. Gut. Der Mann kommt und fragt nach dem Kontostand seiner Frau. Frau Dekastrin, alles gut? Ja. Er fragt nach dem Kontostand. Einfach, weil sie gerade nicht unten ist. Oder sie hat gerade geputzt und ist irgendwo richtig gestorben. Ja. Sie ist gestorben. Ja. Ja. Und mich hat am Ansatz gestorben. Ja, da kommt es. Ja! Ja. Ja. Ja, ja. War die ja nötig oder ist sie allein? Ja, allein. Ja, allein. Ja, allein ist ja nicht allein. Ja, allein ist ja nicht allein. So, Frau Dekospen, ich melde mich bei Ihnen. Super, danke viel, vielmals. Und es ist nicht immer so, wie ich jetzt drin war. Super, sie meldet sich. Danke vielmals, Frau Müller, für ihre Zeit auch. Meier. Entschuldigung. Geht's gut. Okay. Ich höre mal.